Lesen Sie weiter Super Espresso kann er für diesen Preis und der Espresso ist absolut gut. Würde ich sofort wieder kaufen. Kann ich nur empfehlen wer gerne Espresso möchte. Gönne mir jeden Morgen einen doppelten Espresso. Die maximale Wassermenge ist genau richtig. Geht sehr schnell und schmeckt lecker. Das einzigste was fehlt ist das Crema. Preis-Leistung ist perfekt. Grüße aus Nersingen von Hans-Georg. Anritte hat mich in meinen Urlaub begleitet und mir täglich meinen Mokka bereitet. Ich war sehr zufrieden. Etwas schwierig zu reinigen. Endlich kann ich nicht mehr mit einem normalen Topf Kaffee kochen. Und der Kocher sieht sehr schön aus. Damit ist Kaffee kochen auch nicht zeitaufwändig. Alles in allem der gefällt mir sehr. Ein super Espresso kocher klein und handlich. Espresso schmeckt richtig gut schwarz und heiß. War ein guter Kauf kein Vergleich mit meiner Padmaschine. Great for my job Espresso in the morning. Aber die Maschine seit ein paar Wochen fast täglich in Benutzung und bin zufrieden. Da ich den Espresso zur Capocchino zur Bereitung benötige ist es nicht so schlimm, dass kein Crema erzeugt wird. Allerdings finde ich es etwas rätselhaft. Warum man für vier Tassen in den Siebfilter einen weiteren Filter einlegen muss. So ist ja weniger Platz. Man benötigt ja aber mehr Pulver für vier Tassen. Von der Verarbeitung her macht die Espresso Maschine einen sehr guten Eindruck und lässt sich leicht auseinander nehmen und reinigen. Klicken Sie auf Link in Beschreibung, um weitere Bewertungen zu erhalten. Bis zum nächsten Mal.